Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge, einem neuen Video der Lilaloo Mini-Workshops. Heute mit mir, ich bin die Lena, bin seit fünf Jahren mit dabei bei Lilaloo und ihr kennt mich vielleicht als Workshopleiterin der Dance Academy oder als pädagogische Leitung. Aber ich habe mir natürlich was Tolles für euch überlegt, was wir zusammen nachher machen können. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir unsere eigene Knetseife herstellen. Wie ihr die Seife herstellt und was die einzelnen Schritte sind, was ihr dazu braucht, das erkläre ich euch jetzt. So, wir starten mit der Seifenherstellung. Wir brauchen zum einen Speisestärke. Wir haben Lebensmittelfarben. Ich habe mir einmal rosa und lila rausgesucht. Ein bisschen Salz, Speiseöl, ein bisschen Duschgel und eine weitere Schale, wo wir die Lebensmittelfarben dann einsetzen können. Als erstes nehmt ihr vier Esslöffel Speisestärke. Ich habe hier extra eine große Schüssel vorbereitet, wo wir die Zutaten alle zusammen mischen können. Vier Esslöffel Speisestärke. Wir fügen hinzu zwei Esslöffel von dem Speiseöl. Als nächstes das Duschgel. Auch jeweils zwei Löffel. Und noch einer dazu. Die Prise Salz, die wir gleich hinzufügen, ist vor allem für die Haltbarkeit gedacht. So, Duschgel. Eine Prise Salz. Und schon können wir anfangen, die Zutaten zu mischen. Falls es zu klebrig ist, am besten ein bisschen Speiseöl oder Duschgel hinzufügen. Und falls es zu flüssig ist, fügt ihr noch ein bisschen Speisestärke dazu. So, dann haben wir hier schon einen kleinen tollen Bobbel geformt. Gut. Ich möchte meine Knetseife jetzt noch färben. Dafür teile ich es auf. Ein Teil in die eine Schüssel. Einer bleibt in der großen Schüssel. Und ich füge einmal, nachdem ich kurz die Hände gewaschen habe, die Lebensmittelfarbe hinzu und näht nochmal alles durch. Super. Ich nehme mir jetzt noch eine Unterlage zur Hilfe. Ich würde gerne die beiden zusammenfügen, dass ich zwei Lagen habe. Jetzt möchte ich das alles noch stapeln. Zack. So, hier haben wir schon einen ersten schönen Würfel. Den stelle ich jetzt dann noch in den Kühlschrank, damit die Masse noch ein bisschen feste wird. Und dann haben wir auch schon unser erstes Exemplar unserer Seife. So, nachdem unsere Seife eine Stunde im Kühlschrank verbracht hat, zeige ich euch nun das Endprodukt. Ich habe noch ein paar mehr Seifenwürfel erstellt. Hier seht ihr unsere schöne, selbstgemachte, farbenfrohe Nähseife. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Händewaschen. 20 bis 30 Sekunden solltet ihr mit Seife die Hände waschen. Damit es ein bisschen mehr Laune macht, singt dabei einfach zweimal alle meine Entchen oder zweimal Happy Birthday to you. Dann sind die 20 Sekunden schnell vorbei. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Bye, bye.